bringt es mir einen vorteil vom trocknen her wenn die wäsche oben hängt auf alle fälle nicht nur haben sie mehr platz dann unten sondern oben ist auch die die wärmer und trockenere luft das heißt die kleider trocknen wirklich merklich schneller und zusätzlich weil bei mir beim verdunsten die luft auch ein bisschen abkühlt setzt eine natürliche zirkulation ein das kann man tatsächlich fühlen bei großen bettlagen oder handtüchern